Hallo Trainerkollegen und Fußballfreunde! Heute machen wir eine Spielanalyse von El Clasico Real Madrid gegen FC Barcelona. Real Madrid gewann das Spiel mit 3 zu 1. Real Madrid hatte die Formation 4-3-3. Im Tor Lunin, links außen war Mendy, Innenverteidiger Alaba und Militao, Rechtsverteidigung Caval. In der zweiten Linie, im Zentrum der Chamois, links Kroos, rechts Modric. Und ganz vorne mit Benzema im Mittelstürmer, rechts Valverde und links Vinicius. FC Barcelona ging auch mit einer 4-3-3-Formation aus. Im Tor Tasteghem, die zwei Innenverteidiger von Condé und Garcia. Links außen war Balde, rechts Roberto, in der zweiten Linie im Zentrum Busquets, rechts De Jong, links Pedri und vorne Mittelstürmer Lewandowski, links Dembele und rechts Rafinha. Zu Barcelona-Spiel. Sie hatten ein dominantes Ballbesitz, zu 60 bis 65% Ballbesitz. Das heißt, sie versuchten, den Spielaufbau und auch den Spiel in den letzten Drittel zu bringen, durch dominantes Ballbesitz im Zentrum. Und dann forcierten sie, dass Dembele und Rafinha sehr breit stehen, sich denn da Roberto und Balde auch mit einspielen. Dadurch Lewandowski im Zentrum. Und die drei Spieler hatten dann eigentlich die Kombination im Mittelfeld. Und das erste, was im Spiel war, sie versuchten, den Balde oder den Dembele anzuspielen. Dembele versuchte dann auch, indem er sich dann auch scheiterte, mit 1-1-Duelle. Und dass die Bälle dann eigentlich auch im 16er kommen. Das ging leider nicht. Dembele und Rafinha waren heute eben schlecht im Spiel, weil sie sehr, sehr wenig mit 1-1-Duellen versuchten, sehr wenig nach vorne bringten, den Lewandowski zu befüllen. Lewandowski müsste auch zeitweise sich zurückfallen, den Ball auch holen, damit auch vielleicht ein Innenverteidiger von Real Madrid mitzieht, damit da Löcher entstehen. Das ging leider nichts. Real Madrid spielte sehr kompakt, sehr sicher. Sie waren im Abwehrpressing, sie koordinierten sehr gut, vor allem schon in der vordersten Reihe, indem Benzema sehr gut das Pressing gemacht hat, auch sehr gut gegen den Ball gespielt hat. Und ja, das war eben der Schlüssel in dem heutigen Spiel, dass die Außenflügelspieler sehr wenig was gebracht haben, indem eigentlich Barcelona sehr dominant im Ballbesitz ist im Zentrum, nach außen spielt. Und was auch noch bemerkenswert war, ist, wenn Ball im Zentrum war von FC Barcelona, dann stellten sich ja die rechten und die linken Flügel sehr breit. Die Außenverteidiger gingen auch mit, zum das Spiel sehr breit machen, damit auch Real Madrid sehr auseinander geht. Und wenn der Ball eben auf einer anderen Seite ging, zum Beispiel zum Balde, dann versuchte Rafinha sich in den Halbraun zu einbeziehen, damit auch hier sehr dominant im Zentrum passiert. Rafinha ging auch gleich nach oben. Ja, das funktionierte nicht sehr. Eigentlich konnte man da ja eigentlich durch im Halbraum spielen und wieder in Schnittstellen passen, dass eigentlich der Roberto ja die Welle bringt zum Lewandowski. Aber es klappte nicht. Zum Spiel von Real Madrid. Sie spielten ein Abwehrpressing. Sie warteten auf den Gegner. Sie lassen den Dominant spielen, wie ich schon gesagt habe, mit Ballbesitz. Sie versuchten auch, wie auch sie Duell erzielt haben. Wenn sie den Ball erobert haben, vor allem im Zentrum haben sie ein sehr hohes Pressing gespielt, dann wurden die Bälle sofort zum Vinicius oder zum Valverde gespielt. Vinicius nutzte das zu 90 Prozent aus, dass er das Tempo und die 1-1-Duelle schaffte. Im Gegenzug war die Innenverteidigung plus auch die zwei Außenverteidiger sehr instabil. Sie waren sehr weit auseinander. Sie haben eine schlechte Kommunikation gehabt. Das passierte auch bei dem ersten Tor von Real, in dem eigentlich Vinicius, hier der Kroos, mit einem Foul sogar den Ball zwischen den Verteidigern bringt. Vinicius hatte das sehr gut antizipiert und holte sich das Tempo und machte dadurch eine sehr große Chance zum 1-0. Das zweite war genau gleich das Tor, in dem eigentlich der Mendy als Außenverteidiger ging und in den Rückraum zum Valverde. Das heißt, die zwei Schlüsselspieler haben eigentlich sehr viele Chancen kreiert und das war auch das Wichtigste im Kontospiel. Zu Barcelona. Sie gingen auch noch in Angriffspressen. Das heißt, sie standen sehr hoch. Sie wollten eigentlich schon in der gegnerischen Hälfte den Ball sehr schnell zu erobern. Ging leider nichts, weil einfach der Toni Kroos und Luca Modris sehr stabil standen und auch die Passquote von ihnen über 90 Prozent war. Das heißt, sie bewegten sich richtig und holten auch die Pässe, holten die Bälle von Innenverteidigern und auch für den Außenverteidigern, damit sie auch sofort die Anspiele auf die Flügel machen konnten. Das Manko von Barcelona war auch eben der letzte Drittel. Sie konnten nichts im letzten Drittel machen. Es war ein einziger Torschuss, sage ich mal, außerhalb von Sechzehner, in dem Anso Fati das gemacht hat. Anso Fati kam in der, glaube ich, 72. Spielminute für den Belé und der bringt auch einen Chunk rein. Der versuchte ein 1-1-Duell. Er versuchte, den Gegner zu drucken, vor allem die Außenverteidiger und Innenverteidiger. Er schaffte das auch, indem er einmal von ungefähr 17, 18 Meter aufs Tor schießt und wie auch da klassisch ein 1-1-Duell gewann, oder quasi auch ein 2-1-Duell und perfekt hineingespielt hat, wo der Torres auch schon an der Verlängerten stand und der Lewandowski hierher und da war der Torres und da ging das 2-1. Und da Sammerhofer, der Anso Fati eingewechselt worden ist, dass er Tempo bekommt, dass man da was will, dass man da ein Dribbling sucht. Und das braucht eigentlich Barcelona in dem ganzen Spiel. Und das war leider zu spät. Vielleicht hätte ich den Fati auch früher gebraucht. Was noch zur Frage stand, war das ein Elfmeter von Real Madrid für Barcelona. Schreibt kurzer Kommentar, wenn ihr die Meinung nach seid. Für mich war das eine Fehlentscheidung. TG-pect schreibt.